Hallo und willkommen bei Hertha-Geek-Freunde. Heute habe ich zwei brandheiße Themen für euch. Einmal müssen wir über Nader Djindaoui reden und dann hat der gute Reze den Pal zu Hause besucht. Why? Warum ist er da hingegangen? Das werde ich jetzt hier aufklären. Aber wir reden erstmal über Djindaoui. Man weiß ja, der gute spielt ja in der U23, hatte jetzt aber schon Joker-Einsätze gegen den HSV im DFB-Pokal. Mit seinem richtig geilen Elfmeter ist er natürlich uns in Erinnerung geblieben. Und dann gegen Osnabrück hat er im letzten Spiel der Hinrunde auch performen dürfen. Das Spiel ging 0-0 aus, also war jetzt kein Hit das Gekicke da. Und naja, man kennt ihn ja halt als Influencer, ja, Social Media. Ganz groß, TikTok, weiß ich, 2,7 Millionen, Instagram 2,3 und bei YouTube natürlich auch 1,7. Wo er täglich mit kurzen Videos und Messages generell, sag ich mal, auf sich aufmerksam macht. Ja, sein größter Traum ist ja, bei Hertha für die Profis festzukicken. Dafür lebt er ja, dafür setzt er sich jeden Tag ein. Man glaubt es ihm auch, ja, also er kommt da auch recht authentisch rüber. Und die Situation sieht jetzt aber leider, leider muss man ja sagen, so aus, dass Bild mal wieder, ja, die Bild, ja, weiß, dass der Vertrag von Jindaui im Sommer ausläuft. Ja, und jetzt gibt es aber die Chance, bis zum 30. April, das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Klausel, hier drin steht, ihn zu den Profis zu holen. Quasi seinen normalen Vertrag, ja, als Vertragsspieler eben umzumünzen in einen Profi-Vertrag. Der dann bis Sommer 2025 Bestand hätte. Aber daraus wird leider nüscht. Nein! Ja, ist so. Denn Bild erfuhr, dass diese Option nicht gezogen wird. Denn man setzt stattdessen auf jüngere Talente. Herthas Zukunft soll halt mit Jüngeren bestückt werden. Und dadurch, dass eben der Jindaui schon etwas älter ist, naja, ich glaube jetzt 27 oder so, ja. Ja, wird daraus nichts. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht der einzige Grund, Freunde, seien wir mal ehrlich. Jetzt die große Frage, ja, für alle Jindaui-Fans. Natürlich, verlängert er seinen Vertrag als U23-Spieler, quasi als Star der Regionalliga und, naja, gewissermaßen auch irgendwie ein Held, ein Hero der Fans, ja. Oder sagt er sich, nee, Hertha ist ja nicht der einzige Verein, liebe Leute. Ich mache hier mal den Fisch und gehe zu einem anderen Verein, ja. Obwohl sein Traum, glaube ich, so wie er das immer auch sagt und auch in seinen Videos äußert und, ja, auch lebt, kann man ja sagen, ist schon Berlin seine Stadt und Hertha BSC sein Verein. Aber es gibt lose Anfragen, ja. Also da haben sich schon mal Osnabrück gemeldet, soweit ich das weiß. Und Rostock. Die kämpfen ja irgendwie auch ums Überleben, ja. Zweite Liga. Ob man da jetzt hin will, eine andere Frage. Aber die wollten, glaube ich, auch schon im Winter den Jindaui. Dann soll es noch Toner Championship, also zweite Liga England. Anfragen geben, Spanien und Holland. Ja, aber eben nicht von Hertha BSC. So ist das. Aber lieber eine Klarheit und man kann reagieren, als irgendwie im Unklaren zu bleiben, Freunde, oder? Also muss man ja auch mal ehrlich sagen und fair sein. Wenn das offen ausgesprochen wird, auch offen mit ihm beredet wird, ist das ja eine klare Sache, ja. Dann kann er ja auch reagieren. Wie auch immer. Gut. Jetzt wird es spannend. Genau jetzt. Genau jetzt wird es spannend. Nein. Also. Einer für alle. Alle für einen. Ja. Das ist schon mal richtig geil. Und ihr wisst ja alle, dass Pahls Vertrag, Trainervertrag, da geht er immer über ein Jahr, so möchte er das, so bespricht er das mit Benni, Herrig und, wie weiß ich, Zecke. Ja, und es ist irgendwie noch offen, was passiert im Sommer. Das schon mal vorab. Die Mannschaft stellt sich jetzt geschlossen hinter Pahl Dardai. Hat jetzt die Bild auch rausgefunden, ja. Und hat auch ungefragt das zum Thema gemacht. Nicht mit dem Verein abgesprochen, sondern in Personalie von Fabian Rehse, dem guten Pahl, übermitteln lassen. Was ist passiert? Bild erfuhr aus Vereinskreisen. Doppelpunkt. Jetzt wird es wieder spannend. Jetzt kommt der Teil, Freunde, wo man Bild Plus Mitglied sein muss. Für alle, die nicht Bild Plus haben. Hier, wird aufgedeckt. Immer. Ja. Nein, Fabi Rehse, ja, soll eben Pahl zu Hause, privat, besucht haben. Vollkommen überraschend in seinem Haus. Der wohnt ja, glaube ich, in West End. Ganz in der Nähe von der Geschäftsstelle. Und da ging es nicht, naja, kann ich jetzt noch mit anführen, weil Bild hat es auch so nett geschrieben, um den Austausch, ja, unter Hundebesitzern. Weil, ihr wisst ja, Pahl hat ja einen ganz süßen kleinen Hund. Und seit kurzem, glaube ich, auch der Rehse mit seiner Partnerin, nämlich so ein Zwergpudel, ja. Also meine Freundin ist schon völlig Feuer und Flamme, ja. Der ist auch total süß, konnte man natürlich Social Media sehen. Ja, ein ganz putziger, kleiner Zwergpudel halt, ja. Aber darum ging es natürlich nicht. Nein. Sondern Ziel der Aktion war, über diesen im Juni auslaufenden Einjahresvertrag zu sprechen. Denn die Mannschaft will, dass dieser Vertrag verlängert wird, dass Pahl weiter Trainer bleibt. Er muss bleiben. Das haben nicht nur jetzt zwei, drei Spieler so genannt, weil sie ihn nice finden und hoffen, dass wir vielleicht spielen werden oder so unter Pahl. Nein, nein. Junge und auch die erfahrenen Spieler, komplett zusammengesetzt, ja. Alle ziehen an einem Strang diesbezüglich und haben auch gesagt, dass sie sich in dieser Zweitligaspielzeit bis jetzt sehr gut entwickelt haben unter Pahl. Und das wollen sie weiter, ja. Die wollen sich noch weiter entwickeln, wenn man überlegt, dass Ebrahim Maser und Pascal Clemens und Linus Gechter, Martin Winkler, aber auch Rehse und Tabakovic, ja, unter Pahl, einfach besser geworden sind und einen Riesensprung gemacht haben, ja. Ich finde das ja geil, dass das so diese Erkenntnis, ja, diese Eigenerkenntnis, ja, also dieses, finde ich, ist schon mal gut. Das spricht absolut für den Trainer. Muss man jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, wenn die Mannschaft das so herausfindet, für sich, ja, was will man mehr? Was will man wirklich mehr? Ja, und die Mannschaft hat auch erfahren, deswegen jetzt auch der Besuch, um das nochmal voranzutreiben, dass Pahl nämlich überlegt, momentan auch vielleicht den Verein zu verlassen. Das ist schon wieder so ein Ding, was vermutlich die Bild herausgefunden hat, dass, ja, Vereinskreisen vielleicht drüber gesprochen wird, dass er selbst noch nicht weiß, wo es hingeht. Also es ist momentan alles so ein bisschen wackelig, ja. Und das spürt die Mannschaft und deswegen will die da auch jetzt ran, ja, ihnen wahrscheinlich in eine Richtung drücken, in die richtige nämlich. Ja, aber es ist halt nicht so einfach, denn der Verein, ja, der spricht ja halt mit, ja, das Letzte sagen, nicht die Spieler. Und die Bild hat auch mit Benni Weber gesprochen, ja, und er meinte, ja, tagtäglich tauschen sie sich aus mit Pahl, sprechen über Spieler, natürlich. und haben ausgemacht, erstmal die Saison auslaufen zu lassen und sich dann intern mit Pahl zu besprechen, wie es weitergeht. Also Benni Weber lässt das noch offen, ja. Das ist ja klar, weil jetzt hat ja erstmal die Mannschaft das erste Zeichen gesetzt, um wahrscheinlich das auch voranzutreiben. So, ja, Wunsch der Mannschaft liegt jetzt offen, Freunde. Bosse wissen Bescheid. Eine weitere Saison mit Pahl ist angesagt. Und wir Fans sollten uns dann wahrscheinlich auch dahinter stellen, denn die Mannschaft performt ja ganz gut, ja. Muss man ja sagen, die letzten Spiele waren ja, naja, okay, Paderborn war grottig, aber wir haben auch gewonnen. Aber wenn man die anderen Spiele sieht, Gelsenkirchen zum Beispiel, oder jetzt auch das Spiel am Wochenende gegen Rostock, war schon überzeugend. Und wir haben ja massig Tore geschossen, ja. Und das kann so weitergehen. Das kann wirklich so weitergehen. Das Spiel gegen den KSC am Wochenende ist für mich auch richtungsweisend. Darüber spreche ich nochmal in einem anderen Video genau. Ich habe das auch in meinem Livestream besprochen und erwähnt, dass es ein ganz, ganz, ganz wichtiges Wochenende wird. Ja, Leute, aber alle an einen Strang ziehen und dann sieht man ja, was auch passiert mit der Truppe. Ja, das ist schon mal ein Statement. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, bleibt sportlich. Ciao. Bis zum nächsten Mal.